ja schlimmere wo finde ich jetzt eigentlich die den spürtrupp ist bei der karton in meinem apparen da aus ja müssen wir nach der quest machen jetzt kommt es nicht rein was und wird auch nicht in die versammlungsstätte zum beispiel oh no oh yes ja aber ganz nice daneben könnt ihr euch ballern die auch alle weg hat sich also alle wir mal 23 schon gespielt ist ja so aufgetümmelter auf jeden fall also da gibt es einiges zu tun und weißt du das schöne ist nein noch nicht erzählt mir ist also kommt noch einiges auf uns zu und ich habe keine ahnung wie lange erhalte eisbord hier zwei eisbord keine einschätzung zu war noch nicht gespoilert gar nicht mehr ich habe es gesehen aber ich kann halt nicht einschätzen damit also wir werden auf jeden fall noch lange ein eisbord sitzen keine frage was ist ein komplett eigenes gebiet ja aber doch mal schauen bin gespannt ein bisschen habe ich ja schon mal einen charakter halt hochklappe gehört so ist bis zu einem drachen ältersten beim anderen ansonsten hatte ich ja fast alles mit krisi deswegen freue ich mich schon auf eisbord dass ich gerade in einem titel sehe nicht gefressen werden ja hast du ja wie schon verkackt ich wurde nicht gefressen wird platt gemacht das fisch hat sich auf mich gesetzt kleiner unterschied entschuldigung jetzt mal setzen wir nicht auf dich man muss nicht die fisch nennen und also ich bin ich auch nicht ja was soll ich sagen robot also man 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 dass du links und rechts und sprüche waren gehören das schlack als mittel an du was hab ich verpasst ich bin aber das weiß ja jeder ich meinst du snake von seinem titel stimmt nicht ganz weil er meinte ja sein titel ist ja zielfreundlich gefressen zu werden richtig und dann meinte er von dem schiech platt gemacht hat sich drauf gesessen aufgesetzt aufgesetzt das ist ja da muss ich ja nicht gleich schiech nennen ich versetzte mich wollen es soll so deine abnutzung und der trug gerade einmal im fünfer blau ja ich nehme an er von der pizza wahrscheinlich ja 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 die die ich helfe ich riechen ah ich bin ja ich bin ich bin ich bin ich bin der ist ja ich bin ich bin Das kennst du noch gar nicht. Das ist nur noch ein Einhorn. Lass mal ein Kirin. Hey, wo kann man den denn nicht ausrüsten? In der Objektruhe. Ah. Hat mir mal ne neue Frise gegönnt. Nice. Warum kann ich nix essen? Du hast schon gegessen was? Hab ich auch grad gelesen. Wo ist das? Soll ich gucken. Das ist typisch Kalle. Jo. Die Seilbahn ist in meinem Weg ja sick. Krissi. Habe doch nicht auf mir. Hallo. Als erstes immer noch. Aber. Guck mal. Unser kleines Haustier. Warum guckt er denn gleich mich an, wenn du ihn angreifst? Guck mal. Guck mal. Will mich schreiben? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oh. Das ist schon zufrieden, oder? Ja. Jetzt reicht es aber. Guck mal. Ganz schön frech, das Ding. Wach. Geht weg, lass das. Sind die in der Spezialaliener Stärke? Das ist nicht Was ist denn? Ah Au Au Ich will mich nicht bewegen, danke Merci Merci Warum denke ich an, ich habe eine Flimteresse? Keine Ahnung, ich will mich nicht auslecken Aber hier ist nur töten, nicht fangen, ne? Töten Ja Das können wir gut Das Kleine ist schon ganz schnell aboniert Alter, wo kommst du? Ich wollte gerade sagen, Zack, was haben wir denn gemacht? Hahaha Au Au Ui Oha Oha Was ist hier? Ich will mit wegen des Landhilfe Hier ist nur noch eine Stechkapsel bei mir Also bei mir war ein Tobi-Kartier-Material Bei mir auch, die Klaue Die Klaue Die Klaue Die Klaue Die Klaue Das macht's nicht mehr Also Tobi ist so eine Art Slitze, habe ich das Gefühl Ja Er ist ein bisschen geladen Oh Das war knapp Klaue Ich bin sehr anhelden Einhängig, mein Freund Au Ich bin sehr anhelden Ja Ich bin sehr anhelden Und ich bin sehr anhelden Einmal Pelz Hm Oh Membran Noch ein Pelz Schuppe, Schuppe, Pelz Und Membran Ich bin sehr anhelden Ich guck nochmal nach dem Teil Aber Ja Ein und sieb Ja Ähm Ja Aber das ist bei großen Recht praktisch Hm Deine kannst du wohl nicht mal wieder wieder einfahren Also bitte nicht in Ruhe. Nicht in alle Öffentlichkeit. Oh, ich hab noch mal einen Eberspulgung bekommen. Oh nein, ich hab drei Fanggeräte. Und drei kleinen Fässer. Hornbeutel. Schleuderschützen. 21 Horns kommt mit der Schleuder. Aber wo hab ich das große Fass bei dem geklaut? Keine Ahnung. Ich frag mich auch, wo ich die Fanggeräte hab. Nein. Sehr gut. Ich mach direkt das nächste rein, ne? Hm. Frühlingsflächen fest, du weißt. Mach zwölf Frage. Erstmal geh ich mal kurz in mein, äh, in mein Räumchen. Wovor ich reingehe. Da muss ich jetzt, was mach ich mal. Kann ich nicht kurz wie abbrechen? Ja. Äh, wie? Äh, gut. Ah, hier. Verlassen. Ah, hier. Verlassen. Ah, hier. Ah ja, ich hab das vorhin gehört. Von wegen, ja. Ich hab keine Ahnung, die hat gehetzt, ne? Ja. Ich hab's schon ganz schön gemein. Der meinte Snake vorhin. Ja. Ah, wo sind denn diese? Beim Haushälter? Beim Haushälter, ja. Ich glaub, den musst du zweimal anquatschen, bis er dir das anzieht. Raum wechseln. Hm. Privatraum bringen wir. Privat habe ich schon. Eine Kriste übrig. Errungenschaft. Luxuswohnung. Ui. Ey, wie cool. Na, schnuchdruck zur Fahrer jetzt zurück. Nehm, alles, ne? Boah. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Echt nice. Womit war das ein Haustiereplatz hier, ne? Ja. Boah, Unterholzpeterix, sag. Komm erst mal hier hin. So, Töpfe. Ein Wackelwurm, sag. Baum. Abendrotgecko, sag. Deckel. Auch ein Gecko, sag. Aquarium. Gibt's einen Sushi-Fisch? Ich glaub, wenn du den Peterix ausstellst, kannst, äh. Ähm. Kannst du mit dem sogar irgendwie interagieren. Ich guck mal ganz kurz. Äh. Wo ist denn der noch mal? Hm. Hier. Also, ähm. Bett oder so? Irgendwie gemacht? Nee, den kann ich nicht machen. Nee. Also, wenn ich dann gesagt, weder E noch F noch Flick. Nee. Geh mal zum Bett. Vielleicht kannst du dich da hinsetzen und dann. Ausruhen kann nämlich. Aquarium. Okay. Und jetzt guckt er mich an. Aber mehr noch nicht. Nee. Achso, F für Füttern. Ach doch. Jetzt siehst du gerade. Ja. Aber das bringt mir nicht viel, ne? Nee. Ist einfach nur ein Gimmick. Bielen kann man auch. Das ist ja weggelaufen. Wie cool. Wie viel Mühe man sich gibt. Ja. Das ist mega cute gemacht. So. Schnutztrupp-Safari. Ähm. Das ist so gut. Das Ding ist, ich hab drei Quests hier. Zwei haben. Äh, fünf Quests. Zwei haben so einen Kreis drumherum. Die anderen drei nicht. Wann haben sie es erfüllt, denke ich mal? Das ist so cool. Wie viel Mühe man sich gibt. Da kann ich euch mal vorlesen, wie ich meine Belohnung abholen. Ja. Hm. Cool. Finsteres Tuch. Das rief vor Bösterlichkeit. Die Kapsel von, äh, Kaledos. Im Korallenhochland. Ja, hau sie einfach alle weg. Kein Problem. Oh. 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 Gucken, ob er... ...Legiatan und Paolo Luhmau hinkriegt. Ja, okay. Gar kein Thema. Hetzt mich mal in mein Tod. Ist schon okay. Was ist das? Ich hole keine Katze. Mach die Sachen nicht besser. Ich hab verstanden, was mein Team für euch ist. Ja. Okay. Nicht schicken zum Anjanath. Du zu Legianer. Ja, so gehört sie das. Legianer ist so einfach. Es wird gerüstet, dann tiefgefroren. Ich würde gerne mein Essen mit dem Ding, dem U-Weltings, die Viecher probieren, die mir dann noch wählen. Was dann? Nochmal Daniel. Man sagt in dem ersten Ding, in dem ersten, weil die Viecher, die mir dann auch wählen, die würde ich gern machen. Was brauchst du denn? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, wo kann ich nochmal sehen? Äh, brauchst du was für eine Fest oder für Rüstung oder für was? Und einfach nur die Viecher, die würde ich gern mal holen, die da sind. Große Viecher, kleine Viecher? Die sind große Viecher. Die sind große Viecher. Große Viecher. Anjanath, groß oder? Meinst du, Radian? Achso, Radian, Radalos und sowas, meinst du? Ja, wir haben... Radian könnten wir mal versuchen. Wir haben dafür eine Quest auch, glaube ich, noch. Ja. Ja. Da müsste er aber Nullbären und so mitnehmen. Ja. Beziehungsweise die Tränke. Gegen, äh, Gift. Ja. Haben wir die nicht so vielleicht sogar bei den Optionen noch mit dabei? Mhm. Ja. Also kommt jetzt wieder weiter dran gleich. Also jetzt kommt Barra und dann kommt Pokaipuka erstmal. Und dann haben wir hier... Anjanath, Paolo, Radobahn. Dann fehlen die auch noch, Radian und Radalos. Also... Kein Stress. Also wenn ihr das mal die machen, soll man die Optional weiter machen? Und wir können gerne die Option haben. Arena ist nur so, wenn wir, wenn du gezielt was fahren möchtest, ganz gut. Da kannst du einmal aufkangen und dann noch meine Arena den Rest looten. Ja. Ich dachte, damit es halt abgeschlossen ist. So. Ist für ihn. Geh' nochmal schnell was essen. Diesmal war ich noch nicht. Glaube ich. Ich geh' einfach vor Ort essen. Na, ich will nicht von ihr was zu essen haben. Ich mag sie nicht. Das ist eh, äh, hier fertig essen. Die schieb's einfach in den Ofen und dann kriegst du es aufgewählt wieder. Ist so. Dann lieber schön frisch gekocht von hier, von unseren Kätzchen. Ja. Dann gehen wir hier essen. Mmmh, lecker. Ding. Oh, lecker. So. Der erste. Die ersten müssen länger warten. Das stimmt auch. Das stimmt. Aber dafür hast du mich direkt neben der Truhe auf. Echt, das ist das so? Da liegt noch Moniton drin, ja? Wo? Bist du wieder rüber, ja, ne? Ja, das ist immer das Gleiche. Okay. Bin ich schneller. Bei diesem Mal körperlich nicht auf mehr rum. Na, wo ist dann? Oh, Kopf, hört mal den Kleinen an. Der hat schon gebrochen? Schwache Leistung. Funktioniert perfekt. Das arme Vieh, ey. Ach so, diese Sprüche die ganze Zeit an der Seite kommen, die könnt ihr auch individualisieren, ne? Ja. Ähm... Wirklich individuell oder wirklich mit Forge oder mit Forge? Wirklich... Wirklich individuell. Ui, das muss ich ja immer tun dann, ne? Ja. 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 Ah, ich pack fest, ich häng unter ihm fest! Das ist krass so herrlich gesäuert, der kommt nicht weiter. Ich hab ihn angelockt vor euch, euer Drop. In dem Gelände hier. Wollt ihr ihn nicht looten? Ich hab immer diese komische Cutscene erstmal. Ja, ich wusste nicht, wo ich hinrennen musste. Komplett verwirrt. Ein Barad-Panzer. Ein Barad-Rückgrat. Hat er kein Rückgrat mehr. Barad-Schpanz. Unkalb, was? Hab ich schon den Schloss gehört? Ja. Das Wort vergrößt nur häufig oft. Äh, häufig oft. Häufig heute. Oft heute. Nicht nur heute. Auch häufig oft. Häufig. Wenn ich wirklich schon meine Balize spüren. Dann lass sie mich mal spüren. Ich hab kein Monitor mehr, sorry. Ich hab welche. Ach, Mann war das anstrengend. Häufig. Oh, ja. Jetzt müsst ihr meine Katzen zurück sein. Kann ich die gleich wieder hochschicken. Oh, wow. Sehr vieler Fassbund. Wir haben eine große Fassbundel bekommen. Nice. Ich hab vier bekommen von den Fassbunden. Haliko schon für zwölf. Nice. Fruchtbarer Schlamm oder furchtbarer Schlamm? Einfach mal nicht. Nö, den Fruchtbarer. Ja. Aber gibt's für sich nicht jemanden selber auf den Sack, wenn sie mit hier kommen. Wenn sie mir jetzt jedes Mal das gleiche sagt, gibt's für sich nicht selber auf den Sack? Ich wünschte, das wäre so. Wirklich. Ich wünschte, das wäre so. Ich wünschte, das wäre so. Ich wünschte, das wäre so. So. Safari zurück. Klo schicken. Martin, Miautz, den Anjan hat geschafft. Analysierer von... Von Orion oder Forscher von Manuel? Oh, ja. Hat er geschafft? Hat er geschafft? Ja, das ist noch nicht da. Oh. Oh, ein Silberei. Oh. Oh. Aber Schweinchen. So, ich mach gleich mal die nächste auf. Pukai Pukai. Heu. Der ist Bruch. Bukai Pukai. Ah, nein. Ich glaube, meinen Hammer verbrötchen. Necker hier noch nicht. Schade. Was fehlt mir denn dafür? Für unsicht. Ist die Serienendruck irgendwie sowas? Wahrscheinlich Habe ich alle? Das habe ich noch nicht gehabt Das habe ich alles Ich habe so viele Sachen Das ist halt am Anfang so okay So viel Auswahl gibt es ja gar nicht Aber das ist halt nebenbei Das merkst du eigentlich gar nicht So viel wird, ist krass So, warte auf den Snack Moment Keinen Druck Kein Problem, wir sind nur alle schon bereit Was gibt denn schönes? Wir hauen den Pukai Pukai Ah okay Dann haben wir auch, glaube ich, die drei Sterne Dinger komplett fertig Die Arme sind auch gleich Rutschlein, glaube ich Ja Hier ist der Pukai 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 Vogelfutter Nochmal die ersten warten am längsten Ja Gut, dass ich meine ganze Monitor nicht mehr getan habe Ich nehme halt jede Runde alles Von der Fettung, ob ich das einmal nicht mache Also wenn ich das überrasse Dingeruche, dass wir den Zerf also an den Zerf Ja Wie ist das? Los, reite ihn! Achso, okay, Chrissy. Halt, Stopp! Mach mich fertig, ja. Einer kann er immer schon aufm Schwanz. Ja, hab ich vor. Das ist mein Plan, aber irgendwie wäre das vier nicht so wie ich. Ja, aufzuspucken, das sag ich mit dem Kind auch täglich. Ja. 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 Ja, das drückt ich ihn mir gerade auch. Diese Zunge, ne? Wirst dich nicht mal von ihm abschlappern lassen? Ja. Ja. Oh, hier liegt ein Teil von ihm. Welche? Ja. 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 klauen fliegen er träfft diese runde sein sein scheint sich aber gar nicht irgendwie ganz komisch krieg ich kaum an wie du es egal irgendwann kann man was machen ich glaube am besten wenn man anfang mal geschwächt wird dann kann man ganz panther im beutel ich habe auch noch einen schwanz, ja sowas nicht sonderlich ergeben, ich muss es sagen au alles nehmen, dankeschön ah der größte pokai pokai oh nice und ich bin leidensmeister ist aber immer noch nicht das größte was man finden kann das sieht man mit so einer Krone, ne? genau da haben wir einen Angerad von dann dann Vielen Dank.